Herzlich Willkommen im Sportzentrum Herisau. Hier finden Sie ein breites Angebot an Sport- und Wellnessmöglichkeiten. Unsere Eishalle ist das ganze Jahr über geöffnet. Wir bieten Schulen, Vereinen und Einzelpersonen die Möglichkeit, Trainings und Wettkämpfe zu absolvieren oder einfach die Freizeit zu genießen. Die VIP-Lounge empfehlen wir für Ihre speziellen Anlässe. Für Seminare, Referate oder Informationsveranstaltungen verfügen wir zusätzlich über einen Theorieraum mit optimaler Infrastruktur. Die Sporthalle ist mit sämtlichen Utensilien für Geräteturnen und für diverse Ballsportarten ausgestattet. Mit einem breiten Kursangebot und gut ausgebildeten Instruktoren ist für Ihre Betreuung auf höchstem Niveau gesorgt. Das 25 Meter Schwimmbecken, das Warmwasserbecken und das Kinderplauschbecken lassen keine Wünsche offen. Ideal für die sportliche Bewegung im Wasser oder zum Entspannen. Erholen Sie sich schwimmend, zentrumsnah und doch abseits vom Lärm und Hektik an einem wunderschönen Südhang des Sonnenbergs. Treten Sie ein und lassen Sie die Hektik des Alltags hinter sich. Bei unseren ausgebildeten Masseuren sind Sie in besten Händen. Genießen Sie nach sportlicher Aktivität die feinen, gesunden Menüs. Bei uns fühlen sich Kinder und Erwachsene wohl. Gerne beraten wir Sie vor Ort, telefonisch oder per E-Mail. Ihr Sportzentrum Heresau Gerne beraten wir Sie in besten Händen. Bei unseren Reisau